Wir wurden Anfang Juni 1941 in Fürstenwalde, wo wir neu aufgestellt wurden, als eine Panzerspäheinheit, wurden wir nach Ostpreußen verlegt in die großen Trabener Forstgebiete. Dort wurden wir in Bereitschaft gelegt und zwar mit dem Hinweis, dass wir ein Großraummanöver veranstalten werden mit anderen Truppeneinheiten und dass das also praktisch ein Zusammenwirken mit anderen Einheiten der Division erfolgen sollte. Es sollte also eine Routinesache mehr oder weniger sein. Und da waren wir in diesem Trabener Forsten bis zum 21. Juni 1941. Wir wurden dort beschäftigt in dieser Wartezeit mit Waffenreinigen, Waffenkunde, Kartenlesen, Motoren auseinandernehmen, wieder zusammensetzen, also mit technischen Diensten praktisch. Das, was zu einem Manöver gehören sollte. Am 21. Juni 2016 wurden wir zu einem Appell gerufen mit Stahlhelm, was sonst normalerweise nicht üblich war in dieser Form. Und da wurde uns von unserem Kompaniechef, ein junger Leutnant, mitgeteilt, dass die Führung des OKW und Hitler beschlossen hatten, Russland den Krieg zu erklären. Am nächsten Tag, am 22. Juni 2016, sollte es losgehen. Wir waren alles junge Soldaten, die in den Manserspehwagen als Gemeinschaften ausgebildet worden sind. Wir waren von dieser Mitteilung sehr betroffen, weil uns vorher gesagt wurde, es sind Manöverübungen, die wir machen und nicht auf einen Ernstfall ausgerichtet waren. Das wurde auch von unseren Oberfeldwebeln und von der ganzen Führungsspitze wiederholt betont. Als wir erfuhren, dass am nächsten Tag um 3.30 Uhr der Krieg gegen die Sowjetunion losgehen sollte, waren wir sehr betroffen. Ja, wir wussten nicht, was uns bevorstand. Und die ganze Nacht waren wir damit beschäftigt, Munition zu fassen. Gedanken schwirrten uns durch den Kopf verschiedener Art. Wir hatten keine Angst, weil uns eingebläut wurde die ganze Zeit, dass der deutsche Soldat mit den besten Waffen der beste Kämpfer ist und Russland selber schwach gerüstet ist und kaum Widerstand leisten würde. Und wir einen Überfall der Sowjetunion zu vorkommen mussten, um nicht selber überfallen zu werden. Wir waren damals junge Menschen. Wir glaubten daran, dass das so ist. Und wir richteten uns dementsprechend danach. Ich und meine Kollegen, wir waren sehr jung, 20 Jahre, ja, und vom damaligen Zeitgeist, möchte ich sagen, erzogen. Wir kannten nichts als das Soldatenleben, denn wir wurden meist von der Schule oder in jungen Jahren zur Armee eingezogen. Wir wussten also nichts, was uns so richtig bevorstand, obwohl wir in Frankreich Feldzug auch schon einiges erlebt hatten. Aber wir waren ja mit vielen, vielen jungen Menschen zusammen, die uns neu zugeführt wurden, die wir ausgebildet hatten und mit denen wir als Gruppen in einem Panzer, möchte ich sagen, immer auf eigene Füße gestellt waren. Es war ein ungutes Gefühl, was wir hatten. Am nächsten Tag, am 22. Kriegsspiel in 4.30 Uhr, wir haben natürlich keine Nacht geschlafen. Die Panzerschützen haben an ihren Waffen geputzt, 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 gefummelt. Die Panzerfahrer lagen unter den Fahrzeugen und träumten und dachten und sprachen kein Wort. Und die Panzerkommandanten, meistens ostpreußische Berufssoldaten, die ließen sich kaum sehen, kontrollierten nur, ob wir die Munition richtig verstaut hatten, gefasst hatten und so weiter und waren mit sich selbst beschäftigt. Wir waren uns also in dieser Hinsicht ziemlich selbst überlassen mit unseren Gedanken. Am nächsten Tag früh saßen wir ab 3.30 Uhr an den Waffen Richtung Osten, Stahlhelme auf und wir merkten, dass also Flugzeuggeschwader in endlosen Kollern über uns hinwegflogen, weit in die Ferne nach Russland hinein und hörten das Krachen und das Wummern der Einschläge von Fliegerbomben. Was sie zerbombten und wohin sie geflogen waren, das wurde uns nicht mitgeteilt. Und das wurde uns nicht mitgeteilt. Untertitelung des ZDF, 2020